Dies ist die Geschichte des Mannes, der alles weiss. Wieso kannst du mich nicht verstehen? Soll ich jetzt ein Buch lesen, das ich bereits kenne? Denkst du Erfolg reizt noch, wenn man ihn bereits kennt? Geh raus! Mache Sport! Werde reich! Denkst du, der Weg zum Erfolg reizt noch, wenn man den Ausgang kennt? Oder berühmt! Oder irgend sowas! Welt erobern, Papier werfen, alles das selbe. Oder spiel doch ein Spiel! Schere, Stein, Papier! Wieso spielst du nicht einfach nur ein Spiel? Immer gewinnen oder gegen mich unentschieden. Super. Gott verdammt! Wer schiebt denn so einen Kuck auf? Was hast du an meiner Geschichte auszusetzen? Was für eine Prämisse soll das sein? Eine Figur, die schon alles weiss. Wie soll da irgendwie eine Geschichte oder irgendwie auch nur eine Spannung entstehen? Ich habe schon tausende andere, genau gleiche Klischee-Geschichten geschrieben. Ich lebe nun einfach meine künstlerische Seite aus und rege die Leute zum Denken an über das Erregende des Unwissens. Und dafür soll ich jetzt ein Leben lang Bälle werfen und unentscheidig gegen mich spielen. Exakt. Ich habe aber nur eine Geschichte und ich will sie mit allen gefühlvollen Klischee erleben. Ich verlasse dich bei mir jetzt einfach. Alles okay? So, dieser Aufstand hier ist jetzt beendet und es ist jetzt Zeit zu schlafen. Siehst du noch etwas? Was? Wo gehst du hin? Bleib hier! Wenn ich meine Geschichte nicht haben kann, schaue ich, dass du deine Haulen kannst. Was ist denn los? Brauchst du Hilfe? Der Erzähler hält ihn mir gefangen. Zünd etwas an! Das macht null Sinn! Vertraue mir. Du musst ihn irgendwie ablenken. Zünd etwas an. Äh, okay, okay. Jetzt folgt mir noch endlich mal! Es war einmal ein Mann, der alles für ihn wollte. Ich habe einen Mann Deutsch-Dierer gesehen. Da ist nur ein Mann, der alles für ihn ist. Ich habe ihn mit ihr gelernt. Bis zum nächsten Mal. Wir waren schwarzatisch. Tid room, wenn wir euch, was mir jetzt auch verstanden sind. Ich habe ihn mit ihr auch. Und dann sehen uns, wie wir sie uns verabschiedern. Es ist schonmal für alles.